k wenn man zeigt er ich hab kein stimmt das auch so vor dem Gesicht gleich nicht mehr ich habe mit dem ist ganz der Haust ach ja weiter ich halte immer hier ist der Ausdruck hier will ich wieder rinse Mann noch da ja wie Gerhard einmal den hier und ich bin weg im jahre in der heutige normalen naja einmal den ja einmal den ja einmal den hier aber ja er hat so aber einmal den ja mal dem jahre den jahre einmal an den wichtigsten hier nicht die mir der fisch ich hab auch schon ein bisschen gerne ich hab jetzt zwei fische geangelt er hat mich nicht verreckt ob du scheiß ändern was er eigentlich back ins und läuft nur ab nein ganz oft mann was sind back ins es wird in den kisten beziehungsweise wir tieten sie uns und löschen sie danach wort durch vorhanden aber da ist ein einmal ich habe die ganze zeit nicht gesehen ich hab noch mal ein fisch ich hab noch mal ein fisch mann kauft die einen fischereistand wo du fische verkaufen kannst wer will drei fische drei fischig für drei fuchzig drei fischig für drei fische Hilfe in der mann what the fuck Alter ich will meinen Raketenwerfer verdammt ich will meinen Raketenwerfer könnte ich dich richtig schön hey ich habe einen Raketenwerfer weg ich hab'n Bobbel ich hab'n Bobbel oh Gott hör auf geh weg Hilfe ich krieg' keine Aufmerksamkeit Alter ist echt nimmer komisch finde ich notfalls legst du alles in die Kiste Alter du kannst mich mal ich hab'n Bock mehr aber weh ich schwör dir geh weg mit den Dingen ich hab'n Alter ich hab'n Bobbel du scheiß Wichser von Enderman ich helfe dir oh, stirb du Arschler, stirb, ich hab'n gesagt, stirb, stirb, stirb ah scheiße Perle Snipe und drei Fische und ne Angel Snipe Snipe warum breiten die Scheiße, warum sind dahinten wieder die Viecher äh weil die zufällig aus ausbrechen und dann dahinter laufen wie, wie sollen die auch so ja, wie wohl wie, ah, ok die sind alle tot, das sieht nur so aus ich jeden mal hier runter hey Idiot ich hatte Hunger eigentlich ja nicht, aber hier oh, d'accord reicht schon äh, hier steht bei mir überall Viecher rum stirb oh, weg ähm, danke wollte ich ja nicht danke, wer auch immer das gerade war gar nicht haben, aber nun gut, ne geh mit der alte Weg halt, bleib stehen, bleib stehen, komm runter wieder komm runter kostenfreier Aufzug ohne Hände naja, aber tu dein Kopf aus meinem Arsch andersrum tu dein Arsch aus meinem Arsch äh, nee du dein Arsch, ich hab mein Kopf nicht in deinem Arsch tu dein Kopf aus meinem Arsch äh, äh ähm elblaßlich nicht gehen ja jetzt ist auch der Höhe das ist echt nicht okay da geht, da ist meine Tolleranzeige, ich weiß du nicht vorne oh ja, du bist voll auf der Höhe, das ist schrecklich wirklich was ist ja wohl die Höhe naja, Gott war der schlecht haha, ha, 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 ha ab, wollen wir mit der Scherrachter und zum Schleckenwitz und ich hol dir den Kopf weg Ruh, aber das sind viele Viecher ja, da hast du voll recht also, wenn der wirklich mal funktionieren sollte, sind wir vollkommen am Arsch heisst um Arsch ich werde dir was sagen Tja, Tja, jetzt machen wir das wie, äh, wie ich es immer mache guck so, folge mir so und dann noch eine Runde Arriba, Guantanamera weißt du, wie viele Ghosts wir hier haben? bleib unten stehen ich bin hier, Guantanamera ja fail habe ich getroffen? nein, absolut nicht ich bin hier aufgekommen oh, und ich? da hinten? fail, ich probier doch mal nein für die ist so scheiße viel Zeug dabei, wenn du mal runterfliegst echt? ja, ne, wo bist du? da, wo es keinen Spaß macht zu sein Koppel ich baue den Opfertisch ja, mach mal Opfer ich auch für mich gerade selber ganz schön denn da baue ich einen Klo, kann ich gleich jemanden drauflegen, einen Lehrer, den wir alle, die wir alle mögen sag doch gleich, dass wir Alter, warum habt ihr jetzt wo das Höhenportal gebaut? wir haben kein zweites Höhenportal gebaut, wie oft muss ich es jetzt noch sagen, das habe ich in der letzten Aufnahme gefühlt jetzt zwölf Millionen Mal gesagt, man kommt nicht da hin. Ja, mein Gott, ich wollte ich damit nur aufziehen, das war mein Ziel wie ein Jojo, oder? ja, genau also ich glaube, wenn wir das noch weiter machen, dann kriegen wir gleich den Preis der schlechtesten Komödie die Qualität geht echt nach unten, aber abartig wo ist das Niveau? Ganz weit im Keller Aua links sollte man nicht gehen hab ich gerade bemerkt du bist jetzt ein unendlichen Brunnenbauen, der immer noch nicht geht wie baut man noch mal eine Falltüre? gar nicht ich springe in der Ward Lava, Lava, Lava scheiße, ok, dummheit ich hätte ihn vorwarten sollen, oder? ja, wer von vorteilen, ja das nächste Mal bringst du Schilder an Achtung Lava Achtung, äh, nicht Lava wer hat da grad wer wohl, der der da so behindert in der Ward steht töte ihn, töte ihn nein ah, ne oh, kommt Mikro an bitte oder ich werf dir ein Bobbel ich werf ihm ein Bobbel ja, Bobbel er kommt nicht von mir, er rennt aufs Haus, du musst ihm folgen es ist gerade die tolle Erfahrung bekommen, dass ich ein Virus auf dem PC habe und der Katze sitzt neben mir, die gerade abgeholt wird seit wann sollen Viren denn witzig sein? weiß nicht, wenn es irgend so ein Lachvirus ist? ja, toll was für ein Virus? ja, ein Keksvirus au, ein Keksvirus, die sind übel du mit ihren Schoko-Brownies innen drin und diesen Schokofüllungen, es ist, Walter, die und wir halten die, die machen so einen Dreck die Bröse gleichrichtig die Grünen, die Grünen, die Grüße, dann alles voll Jürgen, die Grüße, dann alles voll da waren Link drin da habe ich den Link halt mal geöffnet ich wissen wollte, was ist denn da? Fates ist normalerweise eine vertrauenswertige Person und der E-Mail-Postfach wurde scheinbar gehackt und das war ein Virus. Ja, super. Danke. Volltreffer. Beruhig, you. What the fuck. Hey, Leute, ihr solltet's ja nicht zufrieden, weil sonst kommt die GEMA, kreidet uns was wegen Kampferkamera an. Wow, danke. Danke. Ich könnte die umbringen. Hallo, Enderman. Oh, fuck, ich hab' einen Enderman geschlagen. Nicht gut, nicht gut. Wenn man, der steht auf dem Dach, hat er dir achten, der hat sich weggebasht. Ja, 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 schon, ich will ekelter Störm. Warte, mein ich, beschützt dich? Wantanamera. Ich bin tot. Leute, einer der Liedslinge singt und dann... Das Lied kriegst du nicht mehr aus dem Kopf, ich sag's, du fängst es auch noch zu singen. Nein, das Problem ist, dass wir eine Aufnahme sind, die nicht unbedingt GEMA gebühren wollen. Sag mal, was soll die Scheiße hier? Ob sie Müll einmal gebaut? Äh, nein, der Opfer, altertisch. Ach so, ich sag's, das muss werden Müll einmal. Wie viel ist uns ein Schaf wert? Ja, so, wie... Eine Enderperle, zwei Spinnenaugen, äh, 64 verrottetes Fleisch, äh, 32 Weizen, vier Kakteen, und, äh... Boah, Trashark, dass das keine Endermans angeht, die könnten gefährlich sein. Und, und acht, äh, und acht. Bring mich um, ich komm hier hin und weg. Guck. Hat sich selbst umgebracht. So, okay, das ist jetzt uns ein, äh, ein Schafwert. Nein, nicht, nicht. Ich würd mal vorschlagen. Verdammt. Scheiße. Du hast jetzt grazendliche Spitzhacken verloren, das ist dir schon klar. Ich bring dem Schaf hinterher, Adios, Amir, was? Jetzt, Jo. Verdammt nochmal. Ich wollte die Wahn jetzt abholen, aber jetzt sind sie nicht. Hör auf, meinen Bauch. Ich hab immer noch paar Schmerzen und nehme Scheiß-Muschke-Karte, Alter. Also, jetzt bist du. Ja, da nicht. Warum? Nur noch ganz wenig, okay. Also, uns ist es wert. Eine Enderperle. Und den Rest, den ich runtergeschnitten habe. Das war mindestens 32,60, dieses behinderten, beknackten Snipers. Nö. Warte, ich bin ein bisschen anders, damit auch noch eine andere Schmerzen. Nein, das macht noch 32 hiervon, damit ihr das schön fressen und, äh, schön stark und, äh, keine Ahnung, was werden. Du, wir müssen das zwei auch nur schaffen. Das da, das da. So, und das sind uns jetzt zwei Schafe werden. Adieu. Scheiße, ja. Und wie kriegen wir die Schafe? Ganz einfach, er zeigt sie gleich. Ich weiß es. Da hat mir das Video von Concraft gezeigt, wie der die es noch bald abaut und dann wissen wir, wie das geht. Arriba, Guantana, mehr ab. Junge, ohne Scheiß, ey. T-izes, G-E-K. G-E-R-E-L-N-D-E-M-E-G, G-E-M-E-R-E-R-E-M-E-R-G. Die geht ja fast wieder in jedem Club. Master Unterstich 9000 so jetzt wenn ich noch wüsste was noch mal scharf wäre das wäre toll hatte ich schon noch die welche Farbe gebraucht ist ich glaube 3 1 3 man ist der Weg gern lustige Namen ja ich hab keine Ahnung was das jetzt ist mitkommen ich will mir mein Enderman im Haus egal was an so Loll denn wenn er kommt mal hinter er wie geht ein mann hat hier wirklich niemand irgendwie warte 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 Janik komm mal zu dem mal komm mal zu dem Ding hintere fahrrad er wollte ich noch mal jetzt nicht an sie sich ja jetzt einer mehr das war jetzt nicht ich nein das meinte ich auch nicht hallo ich bin kickt bei Admin Junge bitte tu mir das nicht an warum es ist nicht wegen dem Lied selber gibt dir das ich habe nichts gesetzt warum warum hat Janik mit gekickt und warum kann ich nicht laufen Janik du kommst mal zu äh vorbei zum schneiden Treasurecon jetzt halt endlich die Fresse ich schalte mein Mikro stumm es rauscht trotzdem immer noch Alter wir wir waren erstmal so schön gut und jetzt plötzlich ja schalte dein Mikro an und red wieder ja